Hey Leute, was ist hier, Freunde und willkommen zu einem weiteren Spiel der Matchtags WM 2019 auf meinem Kanal. Vorhin gab es schon das erste um 17 Uhr Frankfurt gegen Mainz, jetzt hier Bremen gegen Leverkusen. Ich weiß schon, wer weitergekommen ist in der Gruppe C. Ich weiß auch, wer schon rausgeflogen ist in der Gruppe C. Wenn ihr es wissen wollt, Frankfurt-Mainz, einfach auschecken. Das Video ist heute online gekommen oder halt unten in der Videobeschreibung ist die Playlist der Matchtags WM. Da könnt ihr euch alle Spiele nochmal gönnen in der Reihenfolge. Und jetzt heißt es Bremen gegen Leverkusen, Leute. Bremen gegen Leverkusen, vier Booster, let's go, nicht lange schnacken. Wir starten mit der Partie und wir starten mit der ersten Halbzeit und Werder Bremen möchte es hier nochmal wissen. Welkewitsch, Welkewitsch mit direkt dem ersten Tor der heutigen Begegnung. Daniel Ginzik, Franck Ribéry, Davy Selke und Marcel Sabitzer von RB Leipzig. Leipzig spielt morgen ihr letztes Spiel und Leipzig eigentlich auch schon fast so gut wie weiter. Aber was werden wir morgen erfahren? Das werden wir morgen erfahren. Niklas Neusander, was ist auch mit Bremen auf einmal los? 2 zu 0, 2 zu 0. Dann haben wir Everton, dann haben wir Weigl, dann haben wir Köpke und dann haben wir noch Alfred Finnburger und als Hedrick-Held. Ja, Leute, die Hedrick-Held-Karten zählen dreifach bei mir hier in der Matchtags WM. Alle Glitzer-Karten doppelt, aber das habt ihr ja schon mitbekommen. Zweite Halbzeit. Zweite Halbzeit. Giulio Donati von Regensburg-Nanzig. Schöpf, Schändler und das Augsburg-Logo. 2 zu 0, Werder Bremen. Oh, es ist ein Hero-Pack. Das letzte Pack hier in der heutigen Begegnung ist ein Hero-Pack und das heißt, es kann rein theoretisch nochmal richtig knallen. Dann Lewandowski, Askagiba und Rahman, es knallt überhaupt nichts, Leute. Gar kein Tor aus diesem Hero-Pack. Das wäre es dann jetzt gewesen, wären zwei Leverkusener Power-Karten oder so gekommen. Dann wäre es hier einfach noch zum 2 zu 4 gekommen, aber so ist es nicht. Velkovic und Moisander sind die Torschützen. Bremen gewinnt ihr letztes Spiel, aber sind leider trotzdem ausgeschieden durch diesen Sieg hier gegen Bayern 04 Leverkusen. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen sind die letzten Gruppenspiele dran, Mittwoch dann das erste Viertelfinale, Donnerstag das zweite Viertelfinale. Freitag gibt es zwei Viertelfinalbegegnungen, Samstag die beiden Halbfinale, ja Halbfinals und Sonntag dann das große Finale und das Spiel um Platz 3. Nur nochmal, dass ihr so den Fahrplan der nächsten Tage wisst und mal gehört habt. Neues Ballstars-Video ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich bin raus, haut rein und tschüssi. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.